Hi und herzlich willkommen zu diesem Video. Thema des heutigen Videos soll sein der Städler Noris Digital Jumbo mit dem folgenden Hintergrund. Ich habe jetzt schon öfters in den Kommentaren gelesen, dass sich vom einen oder anderen die S-Pin-Spitze abgenutzt hat oder sogar abgebrochen ist. Und es ist schwierig, gute Ersatzminen zu finden. Mein aktuellster Stand ist der, dass man bei Samsung direkt beim Support welche anfragen kann und bestellen kann. Allerdings habe ich eine sehr interessante Alternative in den Kommentaren entdeckt und zwar den Städler Noris Digital Jumbo. Was ist das? Das ist ein Stylus, also ein Stift, der kompatibel ist mit dem Samsung Galaxy Tab SX Lite. Und ich nehme auch an mit den anderen Samsung Tablets, die Stiftunterstützung haben. Von Städler selber gibt es erstmal zwei Modelle. Einmal eben den Städler Noris Digital Jumbo, der ist eben verhältnismäßig dick. Er ist dreieckig und hat hinten dran einen Radierer. Und dann gibt es noch eine deutlich längere Variante, die an diese dünnen Holzbleistifte erinnert. Der hat allerdings keinen Radierer. Bevor ich jetzt zu etwas Subjektiven komme, wie meine persönliche Meinung zum Thema Schreibgefühl oder meine generellen Eindrücke, komme ich erstmal zur Technik hinter dem Stylus. Der Stylus arbeitet mit der elektromagnetischen Resonanz-Technologie, kurz EMR, die patentiert von VACOM ist. Und die funktioniert in etwa wie folgt. Im Tablet sind ganz viele kleine Sensoren eingelassen. Dies strahlen ein elektromagnetisches Feld aus. Im Stift sind jetzt Bauelemente verbaut, also zum Beispiel Widerstände, Spulen und Kondensatoren. Und in diese Bauelemente wird dann, wenn man nahe am Tablet ist, eben diese Spannung induziert. Und je nachdem, ob man dann fester oder schwächer aufdrückt, ändert sich eben dieses elektromagnetische Feld. Und dadurch wird dann eben erkannt, wo man gerade schreibt und wie fest man aufdrückt. Das besonders Coole an dieser Technik ist jetzt, dass man sowohl beim S-Pen von Samsung als auch jetzt bei diesem Stylus, bei dem ich weiß, dass er mit der EMR-Technik arbeitet, keine Batterie benötigt. Denn die Betriebsspannung, die eben der Stift braucht, um erkannt zu werden, wird vom elektromagnetischen Feld, das das Display erzeugt, beziehungsweise die Sensoren unter dem Display, induziert, sodass man trotzdem eine kleine Betriebsspannung in dem Stift quasi hat. Bevor ich jetzt mit dem Video weitermache, möchte ich euch daran erinnern, falls es noch nicht getan, meinen Kanal zu abonnieren. In meinem Kanal geht es rund um das Thema Technik und auch um mein Ingenieurstudium. Nun kommen wir zum Schreibgefühl mit dem Städler Norris Digital Jumbo. Und das ist wie folgt. Zunächst kann man mal sagen, dass der Stylus formbedingt ziemlich gut in der Hand liegt aufgrund seiner Dreiecksform. Und auch die Spitze ist ein bisschen fester als beim S-Pen, hat aber trotzdem einen guten Reibungswiderstand, sodass es ein sehr angenehmes Schreiben auf dem Tablet ermöglicht. Außerdem finde ich, dass ich persönlich noch einen Ticken präziser auf dem Tablet schreiben kann als mit dem S-Pen, auch wenn ich den S-Pen schon ziemlich gut finde. Auch ein Punkt, der mir aufgefallen ist, bei meinem S-Pen, wenn ich am Displayrand etwas schreibe, also wirklich auf 300% reinzoome und dann am Rand des Displays etwas schreiben möchte, dann ist da leichter Versatz zwischen meiner Stiftspitze und dem, was tatsächlich geschrieben wird. Tatsächlich ist es so, dass das bei meiner Freundin zum Beispiel, die auch ein Tablet 6 leitet, nicht der Fall ist. Und mit dem Städler Norris Digital Jumbo war das bei mir tatsächlich auch nicht der Fall. Also es liegt auf jeden Fall nicht am Panel, sondern es muss am Stift liegen. Bei meinem Stift ist es allerdings trotzdem so, dass wenn ich auf dem Display selbst schreibe und nicht am äußersten Rand schreibe, das Schreiben sehr genau und problemlos klappt. Aber mir ist eben aufgefallen, mit dem Städler Norris ist das überhaupt kein Problem. Also der funktioniert einfach richtig gut. Und auch rein subjektiv kann ich einfach sagen, ich persönlich schreibe lieber mit dem Städler auf meinem Tablet, als mit dem mitgelieferten S-Pen. Aber das ist eigentlich schon wieder eine rein subjektive Sache, denn meine Freundin hat den auch mal ausprobiert und findet persönlich den S-Pen einfach schöner zum Schreiben. Außerdem hat der Städler Norris Digital keine Taste, um die Zusatzfunktionen zu verwenden wie der S-Pen. Aber eben der Digital Jumbo, den ich eben habe, der hat auf der Rückseite so einen roten Bubble. Und mit dem kann man eben auch das Geschriebene radieren. Eine andere Funktion hat er, soweit ich bisher mitbekommen habe, nicht. Aber ich persönlich habe das ziemlich zu schätzen gelernt. Ich meine, beim S-Pen kann man auch die Taste drücken und dann radieren. Aber das Rumdrehen, das fühlt sich einfach nochmal ein bisschen natürlicher an. Auch wenn das Radieren nicht ganz so genau funktioniert, wie es mit dem S-Pen ist. Also ab und zu muss man mal ein bisschen vorsichtig rantasten, weil ich das Gefühl habe, dass halt die Rückseite vom Städler Norris etwas gröber ist. Alles in allem kann ich nochmal vom Schreiben und Handhaben her auf jeden Fall schon mal empfehlen. Neben all dem Guten hat der Städler Norris Digital aber auch einen riesigen Nachteil. Und der ist folgender. Wenn wir uns jetzt mal meine Hülle anschauen, dann sehen wir, dass hier oben der S-Pen drin ist. Problem an dieser Geschichte ist jetzt, wenn ich den jetzt mal rausnehme, dass der Städler Norris Digital zwar ein bisschen kürzer ist als der S-Pen, aber er ist deutlich dicker. Dementsprechend passt er nicht in die Hülle rein. Also passt einfach nicht. Und das hat eben zur Folge, dass es einfach blöd ist, ihn mitzunehmen. Außerdem ist er, anders als der S-Pen, nicht magnetisch an der Seite. Den S-Pen kann man ja magnetisch auch ans Tablet an die Seite ranheften, wenn es die Hülle eben erlaubt. Das geht mit dem Stift nicht. Ich habe auch schon auf Amazon Hüllen entdeckt, bei denen es durchaus möglich ist, den S-Pen mitzunehmen. Da kann man ihn zum Beispiel an der Rückseite hinten reinstecken. Es ist aber auch so, der Stift kostet ungefähr 35 Euro oder 30 Euro. Und jetzt noch mal eine neue Hülle zu kaufen, finde ich auch doof. Ich habe es momentan so, dass ich halt, wenn ich das Tablet irgendwo mit hinnehme, den Stift mit in den Drucksack schmeiße. Aber es ist auf jeden Fall nicht die Ideallösung. Nun zum Abschluss noch ein paar nice Facts über den Städler Norris Digital Jumbo. Zum einen hat er, wie schon erwähnt, einen Radierer an der Rückseite, was ja der Städler Norris Digital Classic heißt er, glaube ich, nicht hat, der ja weitaus dünner ist, aber dafür länger ist. Außerdem wird der mit Ersatzspitzen mitgeliefert und einem Tool, mit dem man die Spitzen tauschen kann. Also ich selber habe bisher noch keine Spitze aufgebraucht, obwohl ich schon einiges auf meinem Tablet geschrieben habe. Auch weder mit dem S-Pen noch mit dem Städler Norris. Aber es ist schon mal ziemlich cool, dass man da mitgedacht hat, dass man diese Spitze aufbraucht, wenn man viel schreibt. Und auch auf der Seite von Städler bzw. auf Amazon kann man auch die, ich glaube, 5er oder 10er Pack eben nochmal nachkaufen, diese Spitzen, sollte man denn mehr brauchen. Außerdem ist noch ziemlich cool, dass der Städler auch mit anderen Tablets kompatibel ist. Die vollständige Liste verlinke ich euch in der Videobeschreibung, aber der Stift ist quasi für alle Tablets geeignet, die mit der EMR-Technologie arbeiten. Aber bevor ihr euch ihn kauft, schaut am besten in der Videobeschreibung nach. Für Samsung Galaxy Tab S6 Lite funktioniert er auf jeden Fall. Das könnte auch der Grund sein, wieso er einfach nicht in die Hülle vom Galaxy Tab S6 Lite passt. Denn Städler hat ihn so designt, wie so ein Bleistift von Städler ausschaut und nicht etwa als Ersatz für einen Galaxy Tab S6 Lite. Also eigentlich ist es ein allgemeiner Digitizer, der auch für Grafiktablets verwendet werden kann, sofern kompatibel. Und dementsprechend passt er einfach nicht in die Tablethüllen rein von Samsung. Zum Abschluss noch rein informativ. Der Preis der Städler Norris Digital Jumbo, das sind ungefähr 30 Euro. Der Städler Norris Digital Classic, also die dünnere Variante, kostet ungefähr 20 Euro. Und ich denke, die Preise sind an sich ziemlich fair für das, was man bekommt, weil ich persönlich schreibe wirklich gerne mit dem Stift. Und das einzige Manko ist einfach wirklich die Größe, die ich jetzt nennen kann. Abschließend geht definitiv eine Empfehlung für den Stift raus. Im Großen und Ganzen kann man sagen, klar, will man 30 Euro dafür ausgeben. Aber ich denke, da ich viel mehr damit schreibe und auch Leute, die Probleme haben, neue S-Pen-Spitzen zu bekommen, für die ist er definitiv eine sehr interessante Wahl. Vielen Dank fürs Zusehen bei diesem Video. Ihr könnt mir gerne eure Gedanken zu dem Stift in der Beschreibung lassen. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Video. Ciao!